Oh, meine Finger ist da. Kann ja nicht mehr, ne? Was kosten dann diese Rucksäcke jetzt hier? Die sind zwar mega below, aber ich will jetzt auch nochmal gucken. Also 900, danke schön. Der ist jetzt richtig teuer. Der ist mir zu teuer und der 895, auch 835 Euro, 826 Euro, nicht normal, ne? Wenn das alles so viel kostet, das gebe ich mit Sicherheit nicht aus. Dann gehe ich lieber mit meiner weißen Tasche. Das Blöde ist nur, ich muss das Hochzeitskleid da reinkriegen. Das passt halt nicht. Jetzt muss ich ganz nach oben. Rucksäcke sind natürlich jetzt auch teuer, weil die Schule anfängt. Logisch. Wenn das Euch auf Harley DM geht. Ich mache die Schule. 419, das ist schon mal eher im Rahmen, 10, 12 Euro, das ist mir auch nicht so geräumig. Das ist nicht das, was ich suche, leider, da passt nicht genug rein, hier so ein Taschen, mal gucken. So was, glaube ich, hatte ich letztes Mal, ich koste es, 315, 10 Euro, ich glaube, das hatte ich letztens auch dafür gezahlt. Und meine. Ich habe die Kruste 10 Euro, das ist ein bisschen kleiner, würde aufgehen. Die sind aber größer, noch größer. Also 10 Euro muss ich hier brechen. Ich brauche noch Strümpfe, ein bisschen. Knie strumpfartig. Das ist doch zu eng, alle immer so eng und bunt. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Da war er, glaube ich, Flapieratel gekauft, genau. Ich gehe mal in den Reihen. Ich gehe mal in den Reihen.